Heros LP ist wieder am Start und begrüßt euch zu einer weiteren Runde Minecraft Skywars zusammen mit der Kartoffel eures Vertrauens hätte ich jetzt fast schon gesagt aber er hat ja einen Kanalumbruch gehabt und heißt jetzt Marius PvP ja genau für die Leute die das noch nicht wussten also alle weil das eigentlich keinen interessiert aber gut ähm wir spielen Skywars auf der Map Hi und wir gucken mal wie das so wird wir sind eigentlich schon ziemlich fresh ausgerüstet und fehlt halt noch ein Helm und den bekommen wir irgendwie auch nicht wir haben kein Eisen wir haben nichts wir haben nur Quäben gut dann bauen wir uns jetzt mal irgendwo hin und töten jemanden oder werfen wir uns da rüber ich weiß nicht ich glaube wir werfen mal hallo ist hier jemand da hab einen hab auch einen gut den haben wir getötet gesnackt haben wir den aber der hatte doch nen Helm komm give me the Helm ne der hatte nen Lava Eimer kein Helm ich darf dein fricken chicken na gut ich hab jetzt auch keinen Bock Dias abzubauen wer hat denn Dias Schwert na gut bauen wir uns hier einfach mal zum Gegner weiter rüber du 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 so der Typ ist grad einfach runter gefallen oder? ach ne ist er nicht ich dachte gerade ich könnte jetzt gerade mein Leben riskieren weil hier so ein Dude ist er baut sich grad unter seine Base abwohle hier ein kurze vermis ob blob so tot der Dude ist dort der hat das richtig dumm gemacht jetzt muss ich gucken so jetzt geht es darüber wieder zum nächsten gegner wir gehen einfach im kreis bist du eigentlich noch drin ja vielleicht kommen wir zum deathmatch es gibt ja kein deathmatch aber sowas ähnliches vielleicht was intime in der mitte okay ich bin runter gefallen ist das jetzt dein ernst hier ist so ein dude der mich einfach richtig abfuckt weil er sich hoch baut so dann gehen wir mal zu ihm nach oben come to water i swimming in my water bayern hat ausgewichen ja das ist vielleicht für bayern ich versuche hier gerade so einen typen zu töten der mich richtig abfuckt weil er sich so scheiße hoch geht so dann führen wir ein bisschen außerhalb damit wir wieder luft kriegen nein 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 tod noch nicht ich habe noch ein bisschen wasser einmal kommt er ist doch jetzt da und den habe ich doch jetzt getötet komm der ist tot der ist tot ja jetzt ist er tot jetzt ist er tot jetzt kann er nicht mehr machen das wasser geht runter so von ihm gemacht wir sind nur noch fünf spieler und in der mitte ist ein team sagte sagt mario müssen wir hier ein paar blöcke abbauen erstmal weil wir nicht genug haben richtig richtig geil und wir haben übrigens nur das starter kette ich kann mir kein anderes leisten cookie den haben wir gerade getötet aber ich kriege den den druck kill einfach nicht angesprochen weil er so doof gestorben ist man finde ich gemein er hätte wo da geht es runter da sollte ich mich vielleicht nicht gerade lang bauen oder blöcke holen das wären nicht so intelligent so auch wieder und ich bin immer noch nicht besser ausgerüstet ich krieg einfach keinen helm so wieso bin ich eigentlich so das geht doch viel schneller hier es geht wirklich viel schneller wenn man holz abbaut so 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 ja so so und nicht anders sind noch zwei spieler gut dann gehe ich mal in die mitte sind noch zu ich sehe du lebst immer noch ja wir sind nur noch zu zweit so und ich habe mir gerade blöcke geholt dass ich besser in die mitte komme und ich hoffe nicht dass ich jetzt getötet werde dadurch aber ich esse eben noch was ja gut ich brauche gar nicht in der mitte ich brauche gar nicht die in die mitte so ich brauche mich hier zu ihm rüber ja er wird auch gewinnen weil ich ja er hat einen hund er hat ein was was ist ein hund ja was ist ein hund bring ne der hat eier er kommt nein nein ich war drauf und bin runter gelaufen gg leute das war die erste runde und ich würde sagen wir sehen uns gleich wieder in runde numero zwei bis gleich willkommen in der zweiten runde und es geht los wir spielen ich habe keinen plan wie diese map heißt ich habe auf jeden Fall plan zu gucken so gut wir haben schwert die stars ananas schärfes schwert das ist schon mal gut so hier gibt es aber bestimmt noch mehr tun als nur die eine oder hier oben yes I'm sure I could be anymore so so wir haben gerade gleichzeitig so gesagt gut so und ich mag gerne ananas ja du auch ich habe gerade meine enderperle verhauen bist du ein ananas boy ja bist du tot nein aber ich habe sie geworfen und sie ist nicht angekommen weißt du so die stars ananas oh man ah du hast dich vorbei geworfen ja oder zu früh ich weiß nicht ob man die schon werfen kann ja kann man ja und also wenn die schutzzeit vorbei ist kann man trotzdem schon in mitte ja bevor die schutzzeit ja dann habe ich sie verbraucht wahrscheinlich zu kurz oder zu weit geworfen ich tipp ja mal auf zu kurz denn alles was marius hat zu kurz na ich bin tot ernsthaft na leise lappen so wir bauen uns weiter in die mitte ich genieße gerade mein eis wow stimmt ich habe auch noch eis im keller glaube ich ich glaube ich brauche den geilsten weg in die mitte den es überhaupt mal gab so gleich sind wir auch da ich bin in der mitte und dia schuhe das ist schon mal nice zwei dias eisenschutz ähm hinter dir ist jemand nein ist es nicht ich guck jetzt essen shit alter was für krasses stüssel da kommt einer da kommt einer hinter dir da kommt einer da kommt gar keiner doch links links der hat mich ja sag ich ja gut leute das war es dann mit der runde heute sorry ich weiß nicht wie lange das jetzt war wenn es zu kurz war tut es mir leid wenn es zu lang war dann kann es auf jeden fall nicht marius gewesen sein aber gut bis zum nächsten mal haut rein ciao ciao Ciao.